Rosa Reutner ist eine deutsche Althistorikerin. Ihr Schwerpunkt in Forschung und Publikationen sind Frauen im antiken Griechenland. Leben Nach langjähriger Tätigkeit als Wirtschaftsleiterin in Senioren- und Kinderheimen legte Rosa Reutner 1993 am Berlin-Kolleg das Abitur ab. Anschließend studierte sie alte Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. 2004 wurde sie bei Wilfried Nippel zur Dr. Phil. Promoviert Rosa Reutner lebt und arbeitet in München. Werk In ihrer Dissertation, die in überarbeiteter und stark gekürzter Fassung 2006 unter dem Titel Wer webte Athenis Gewänder? Die Arbeit von Frauen im antiken Griechenland bei Campus erschien. Beleuchtet sie anhand literarischer und bildlicher Quellen die produktiven Tätigkeiten von Frauen innerhalb des antiken griechischen Hauses. Ein Thema, dem in den Altertumswissenschaften kaum Beachtung geschenkt wird. Sie zeigt, dass die häusliche Arbeitsleistung von Frauen ein Faktor war, der ihre soziale Rolle in der Gesellschaft wesentlich mit konstituierte. Im letzten Teil ihres Buches widmet sich Reutner der Herstellung von Textilien. Erschienen in der bisherigen Rezeptionsgeschichte Frauen als dilettierende Hausfrauen, die zu großer Kunst nicht fähig, allein für den Eigenbedarf des Alltags sorgten, belegt Rosa Reutner, dass es im antiken Griechenland gerade Frauen waren, die für wertvolle und künstlerische Wollarbeiten berühmt waren. Während die Werkstätten der männlichen Weber ausschließlich grobes Leinen verarbeiteten. Indem sie den essentiellen Anteil der Hausarbeit am Wohlstand der Polis wiederentdeckt, kommt Reutner zu einer Neubewertung der Stellung der Frau insgesamt. So ist für sie das Bild vom Mann als dem Eukos Despoten nicht zu halten. Statt von einem hierarchischen Modell, wie es später von Pseudo Aristoteles entworfen wurde, war im Hinblick auf das Blühen des Hauses eher von einer funktionalen Trennung von Verantwortlichkeiten, Anweisungs- und Entscheidungsbefugnissen auszugehen, Richard Pohle über Wer webte Athenis-Gewänder? Schriften, Monografien Wer webte Athenis-Gewänder? Die Arbeit von Frauen im antiken Griechenland. Campus Verlag, Frankfurt am Main, New York 2006, ISBN 3-593-380293, Platons Schwestern, Lebensweltenantiker Griechenen, Bölau, Wien, Köln, Weimar 2013, ISBN 978-3-412-21116-5 Fachartikel Die Büchse der Pandora Misogynie und Hungerdiskurse in der frühgriechischen Dichtung In Historische Anthropologie, BD, 16, Heft 1, 2008, ISSN 094-28704 118-137-10,7788, 2008, 16.118, Philosophia und Oikonomia als weibliche Disziplinen in Traktaten und Lehrbriefen Neu-Pythagorischer Philosophinnen In Historia, Zeitschrift für alte Geschichte, BD, 58, Nr. 4, 2009, ISSN 00182311 416-437 416-437 416-437